ich muss mich auch kaum aber ich muss mich auch nicht und daher ja ich müsste da vielleicht mal gerade hallo sie ist es nur spotify okay weiter ja mach mal spotify da weg so jetzt siehst du auch was warum hast du ansteigen ersten nehmen müssen gemeinsam jetzt hör mal auf da irgendwas zu klicken so jetzt darfst du das so wir müssen glaube ich micro laute machen ja gut ist ja gut ist so das ist so schlimm wenn du an der maus hier bist hallo 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 gib dich mal rüber warum warum ich muss mehr ins bild mach mal noch mal taste die leute sind doch gekommen wegen mir natürlich ich muss mal gerade ausprobieren optisch was immer noch keine erstellten und mitspieler so ich soll ihn direkt einladen kann ich nicht das ist echt kacke mit der maus so ich nehme die maus jetzt hier hin hallo ich mache ne ich mache die lautstärke vom spiel wieder runter weil letztes mal war das spiel zu laut weißt du noch ja ja ok das weißt du schon gar nicht mehr gell so natürlich weiß ich das so du kannst gleich einfach joinen wenn wir hier fertig sind glaube ich kannst du joinen hui 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 komm weißt du ich gön mir wo ist denn das Moppet warum hast du auch eigentlich ein Moppelchen ähm ich wollte es einfach so jetzt müsstest du joinen können theoretisch ey der sieht genauso aus wie ich ne deswegen habe ich den ja auch gewählt ich hätte auch ne frau nehmen können halte ich für gar nicht okay warum ja so ah wada boom äh spielst du mit hallo firefly wie wieso was ist hier los ja was ist hier los ja da kannst du mal einfach mit dem Bein zu wackeln du wackeln du machst die ganze Zeit so du das macht mich sehr sehr böse ich kann gleich nicht fahren wegen dir und wieder na du na du guck du wackel du setzt ja auf zu wackeln man ach ja ja wurs nichts trinken du musst es eigentlich steunen können und ich kann dich nämlich nicht einladen weil du auch dann warst und scheinern halt müsste es eigentlich irgendwie join können frag mich jetzt gerade mit wie hatte mal bei online spielen man muss bestimmt dann auf online spiele gehen muss mal gucken vielleicht bei online spiele ich weiß nicht ob du über den namen direkt schauen kannst ich jetzt hier zurückgehen doch ich glaube wenn ich ihn jetzt alleine einladen dann kann kein anderer guck kann ich nicht einladen deswegen du musst mal gucken ob du meinen raum dann irgendwie findest wahrscheinlich kann man du musst dann glaube ich bei freunden du musst dann hier auf online gehen online turnier ja wir sind beide da und dann wahrscheinlich bei freunde und mitspieler hier mit raussuchen und anklicken und dann kannst du glaube ich mitspielen klicken deswegen kann ich dich hier so nicht einladen also jetzt müsste es machen können als es jetzt gesehen ich kenne mich damit selber nicht aus musst du gucken was da noch alles drin Alter, der Asylikt, holst du hier was zu trinken? Selbstverlacht. Doch, das geht. Aber ich guck mal gerade, warte. Nee, er ist jetzt drin, ja, aber der Firefly. Ich habe noch keine Freundeseinladung gekriegt. Ach so, ja, Firefly, das geht halt nur bei Freunden, deswegen, dass nicht jeder joinen kann. Also einfach dann den Freundescode eintragen oder eingeben, dann nehme ich das an und dann kannst du joinen. Weil sonst ist das, sonst ist das nämlich komplett öffentlich. Ah, okay. Ja, gleich noch einen Kaffee, lass mal Kaffee. Ich geh mal gerade Nase putzen. Ja. 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 Das ist schön. Ja, okay, dann ist es gut, weil dann können wir aber nicht jetzt härter lästern. Hä, den Sinn verstehe ich nicht. Wir können über ihn lästern, obwohl er uns hört. Ja, er hört ihr jetzt. Ja, deswegen können wir jetzt lästern. Ja. Weil ohne, wenn er das nicht gehört hätte, wäre es ja irgendwie langweilig. Ach so, dann ist lästern langweilig. Ja. Okay, warte mal, ich muss mir hier noch gerade was ändern. Ich hab mich nicht bewegt. Ich, äh... Das Rennspiel ist schon drin. Familienfreundlich. Nein, wir sind nicht familienfreundlich. Alles familienfreundlich. Passe euch. Okay, wir starten jetzt. Okay. Wieder 200. Mach ganz langsam. Mach mal ganz langsam. Ja. Das darf ich. Ja. Äh, Badaboom muss ich schon noch eingewöhnen. Aber mitkommen, ne? Komm nochmal, ne? Mitkommen. Ist nur für dich, Badaboom. Hä? Was ist mit dem Stecker los? Keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen. Was willst du fangen? Du darfst, du darfst entscheiden. Aber ich muss klicken, gell? Hä? Vorher wusstest du jetzt genau das? War einfach irgendwie random. Du kannst eine Strecke aussuchen, die du haben willst. Aber gut, vielleicht sucht er ja auch. Keine Ahnung. Super. Ja. Ich will auch. Das riecht so. Ja. Aber ich habe noch Kaffee. Ich wollte es. Ich habe es bekommen. Ich mache mich fertig. Oh nein. Als ob. Wir machen einfach Isa fertig. Das ist... Machst du da mit? Nein. Das ist ganz spannend wie das geht. Ähm. Du drückst die Tasten nach hinten. Ach. Hahaha. Würdest du mich verarschen. genau da? Das gibts nicht. Ja, aber guck mal, du kriegst ja nicht mal runter. Wer ist eigentlich vor mir? Niemand. Keine Ahnung. Fuck. Au. Nein, nicht auf die letzten Meter. Fuck. Warte, wo man mich überholt. Au. Ach so, da kann man gar nicht fahren. Ich dachte, ich kann den Hardcore. Geil. Ich bin. Jetzt bin ich. Hallo Katze. Heute mache ich mal eine bessere Hälfte fertig. Ah ja ja. Ah ja ja. Übrigens sehr hell erleuchtet ist. Was wird's jetzt? Zweiter? Echt? Warst du dritter? Nein. Ja. Weil der Boom ist zweiter. Ja, ja. Du warst dritter? Vierter. Oh. Weißt du, was wir sind? Ich für die Krone. Die Krone. Ja. Für knochentrockene Dünen. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Oh. Danke. Ich werde hier hart ausgekramt. Wir Frauen müssen zusammenhalten, was? Nein. Doch. Nein. Du bist ein dicker Affe. Ja und? Ich habe haarige Obo. Achso. Bei der Boom ist der Mario. Jetzt sehe ich das erst. Oh. Wie hart. Oh. Da war die Kiste. Wo war das? Oh. Alter, was ist das nicht für die Map? Nein. Das ist doch nicht wahr. Was habe ich bekommen? Irgendwer im Himmel hat mich abgeschossen. Habe ich das getroffen? Nein. Gerade. Oh, das war aber ganz schön knapp. Wieso bist du wieder vor mir? Nein. Einfach so. Weil ich gut bin. Willst du mich wirklich überholen? Du siehst, was ich hinter dem Arsch habe. Oh. Du kleiner. Nein. Achso. Jetzt habe ich noch eine Runde. Achso. Achso. Gut. Ich mache dich fertig. Gut. Ich mache dich fertig. Oh nein. Hätte ich mir das bloß erspart. Komm schon. Komm schon. Ich muss irgendwie fertig machen. Ich muss gar nichts. Pfeize. Fuck. Ich bin mit explodiert. Ey. Nur läppische Münzen. Ach du auch? Ach scheiße. Du hast aber andere Dinge. Ja. Scheiße. Ja. Scheiße. Ah. Das liegt alles an dir, Wunderkatze. Danke. Wo ist ein Ballaboo? Der ist dritter. Scheiße. Tja. Ich habe dir gesagt, ich werde Erster. Das liegt alles an der Konzentration. So was wird's jetzt? Ja du darfst dir was aussuchen. Jetzt darf ich. Ja. Ich habe jetzt gewonnen. Krusel Will. Krusel Will. Krusel Will. Okay. Krusel Will. Popeye. Ähm. Ah. Krusel. Yeah. Nein. Hey. Das ist unfair. Ich zwick dich. Okay. Hä? Wieso will der immer dasselbe aus? Der will das unbedingt haben. Wadabum, was ist mit dir los? Ja, vielleicht ist es demnächst ein Leben. Okay, das ist klar, das ist klar. Hey. Ow! Das war der Boomshin. Ich drücke immer zweimal. Ich hüpfe immer einmal und dann war ich erst das Blast getrückt. Oh, ich bin in die Mauer gefahren. Hey! Oh, Mann! Oh, Mann! Hey, wie lange ist man denn blind? Nein! Es wird Blatt gestammt. Blatt gestammt. Nein, der ist vor mir. Oh! Boah! Barschen! Nein! Hey! Ich stürze immer gegen die Wand. Wer macht denn dieses kleine Ding? Muss irgendeiner hinten sein. Nein! Oh, Mann! Darauf habe ich es gewartet. Der Fünfter! Was sollen wir das? Nein! Ah, der Mario, ne? Der hat mich abgeschossen. Der will so gemein, warte wohl! Was? Ich hab dir überhaupt nichts getan, Mann! Ich geh nur scheiße! Wieder falsch, oder? Hä? Was passiert? Ich bin immerhin noch dritter, ey. Ich mach die ganze Zeit voll weiterhin. Und ich bin immer... Hier, die sind jetzt eine, wo zwei Ebenen waren, wo du geflogen bist, geil. Ich bin immer gegen die Mauer getutzt, in Wunder. Ah, beim letzten Mal bin ich auch gegen die Mauer gefahren. Boah! Aber seltsamerweise ist Badaboom auch irgendwo gegen gefahren, sonst hätte ich ihn nicht überholen können. Ah, und beim letzten Mal bin ich auch gegen die Mauer gefahren. So. Ha! Ich hab ja jetzt wieder verloren, deswegen darf ich auch so umgehen. Ja. Genial, mach mal Wasserpark. Was ist? Du wolltest doch Wasserpark, hast du mir immer gesagt. Wolltest du immer in den Wasserpark. Awww. Oh ja, das... Was zum Ende. Wie ne Katze. Wie ne Katze. Katzenmassage. Siehste? 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 Guck mal, ich... Ich weiß, was deine Kunden wollen. Kunden? Ja. Äh... Loki... Loki... Äh... Luki. Luki. Ich seh ja nicht. Deine Zuschauer. Besser gesagt. Klingt besser, ja. Führst? Natürlich. Das geht aber nicht. Ich hab ja gesagt. Ich mach dir den Laden dann. Das geht aber nicht. Ja. Oh komm. Ey, der schafft das immer! Oh! OH! LALALALALALALALA. LALALA. LALALALALA. três eins. Na. Oh. Ah, falsch. Ah, du hast schon überholt. Wie? Hä? Verstehe ich nicht. Da lag eine Banane. Hä? Da lag eine Banane? Ja. Ich glaube, ich habe sie nicht gesehen. Weil er nicht aufgepasst hat. Ich bin hier auf der Ferse. Ich sehe das. Ich bin hier auf der Ferse. Hallo Easy. Juhu. Juhu! Überhol dich, das schwöre ich. Oh, falsch! Wenn wir sehen, ob du es schaffst. Das ist doch nicht dein Ernst. Nein! Nein, du hast es nicht geschafft. Ah, fuck. Eieieieiei! Hä? Wie? Was ist passiert? Was ist denn da passiert? Platz 8? Das geht aber nicht. Hast du da schön abkassiert? Das geht aber besser. Du hast gewonnen, ne? Mit einem Punkt in Führung. Ja! Das kann es halt. Du kannst es nur mit langsamen Fahrzeugen fahren. Hä? Genau. Haare. Überall. Haare in den Haaren. So, falls noch jemand join will. Ach du, Jiminyi. Also, falls jemand join will, Ausrufezeichen Switch. Ich gebe mir mal ein Energy. Ein LAN-Adapter? Aber wofür brauchst du denn einen LAN-Adapter? Mit WLAN geht es nicht so gut. Ah, mein Nacken. Das WLAN-Ding da, ähm, wäre nicht so toll. Würde nicht immer gut funktionieren. Und, äh, deswegen wollen viele sich, machen viele das überladen. Die hässlich-reutige Switch. Ja, die Isa hat es mir gerade aus der Küche da hinten erklärt. Habe ich zwar schon mal gehört, aber wieder vergessen. Boah. Guck mal, wie verstaubt dein Kabel ist. Ja. Guck mal, wie kaputt ist da hinten schon alles vom Zieh. Ja. Oh. Ich bleib beim Bike. Ja. Ich bleib beim Bike. Los geht's, Butterroof. Okay. Nee. Jetzt fahren wir mal richtig schnell. Weil sowas hat Isa eigentlich keine Chance, weil, die fährt gerne langsam. Auch als wir, wir mit Papa gefahren sind, da sind wir auch sehr, sehr langsam gefahren. Ungefähr 40 kmh auf der Autobahn. Ich stelle mich schon auf Schläge ein. Alles klar. Alles klar. Hast du gerade mit deinen Füßen gespielt? 200 ist einfach nur Love. Guck mal, was da immer kommt, ne? Ich glaube, der macht das zu langsam. Nee, obwohl wir dann zu langsam haben, dann ist es zufällig, ne? Hä? Ist das jetzt eine Karte, wo alles, alles dabei ist, oder was? Irgendeins von den Dörfern, glaube ich, oder? Ach so. Weil das sieht wie so eine Jahreszeit aus. Ja, oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die Map noch nicht gefahren. Also, wir fangen schön im Herbst an. Oh ja, das... Doch, ich kenne die Map. Nein, ich verkehrte. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Oh, ich bin ein bisschen zu weit, Bro. Oh, Glance. Serious, stopp. Ich bin ein bisschen zu weit. Hey, was soll das? Wer auch immer hinter mir stand, hat es verdient. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das Badaboom hinter mir oder ist das einer von den NPCs. Ey, willst du mich verarschen, der hat mich geschossen. Der Bumba letzter, jetzt bin ich letzter. Jetzt bin ich letzter. Ey, jetzt bin ich letzter. Alter, die NPCs gehen ja. Geil. Oh, ich hab ihn in der Kurve noch überholt, ey. Entschuldigung, Badaboom. Ach so, bis 15. Äh, erster mein ich. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft hab. Aber ich glaub, ich hab jetzt wieder Mario Kart im Blut. Verdammt. Jetzt darfst du auswählen. Du darfst. Ach so, sag mir wohin. Käseland. Jawohl, Chef. 200 ist einfach nur Love. Ja, hab ich von der Love jetzt nichts gespürt, aber ich hoffe gleich. Meinst du? Ja. Ich muss mal ein paar Tasten von Easy präparieren. Nein. So wie zum Beispiel die Beschleunigungstaste. Hast du mich echt überholt? Ja. Kurz vorher. Kurz vorm Ziel. Warum? Ähm, Badaboom. Ähm, Badaboom. Du kannst ja auch was auswählen, ne? Brauchst du nur zu drücken, dann müssen wir nicht so lange warten. Baba. 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 Okay. Ich weiß nicht, was er genommen hat. Keine Ahnung. Drogen hab ich nicht genommen. Oh, leider nicht. Oh, leider nicht. Der ist immer so. Drogen. Was sagt er denn? Was ist passiert? Ich sehe es nicht. Ich muss sich konzentrieren. Drogen definitiv Drogen. Habe feiert. Einfach schrieen. Ah. Ich sollte nämlich auf die Strecke konzentrieren. Ja, mich auch. Ah. Boah, das war knapp. Nein. Nein. Ah, Junge. Ich bin siebter Platz, das ist doch nicht normal. Au. Wieso kommen so viele Geschosse angeflogen? Kann ich dir nicht sagen. Ah. Das ist ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Das ist so offend. Dann. Ein. Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Ich hab voll oft kassiert. Voll oft hab ich eine kassiert. Was? Ich kann doch nichts passieren mit den Noob-Antenten. Welche Noob-Antenten? Meist er uns? Hast du gesehen, dass schon wie der erste war? Das ist egal. Das ist vollkommen egal. Was willst du? Schön. Ah, du hast mich abgeschossen bei der Bume. Verkästiger Tag, du. Welcher Dax, du? Ja. Oh, definitiv. Nein. Nein. Wenig. Keine. Wenig bis keine. Wenig bis keine. Wieso hast du 30 Punkte? Weil ich zweimal erster war. Okay, jetzt reicht es, dass du erster wirst. Jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Also wenn du so gewinnst, dann spielst du echt unter. Ja. Dann geht es. Dann geht es. Dann geht es. Das ist okay. Oh, 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 oh. Woo! Nein! Nein! Boah, du Freche! Hast du mich getan, Loseboot? Nein, 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 nein! Geht's auf! Was ist? Nix gemacht! Ah, nix gemacht! Nein! Das ist schwer! Geht mir genauso! Oh oh! Rektor! Ich vergesse alles zu klicken, ne? Ja, 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 ja! Scheiss! Was? Fahrhilfe, Antennen, Spielefilter? Was für Fahrhilfe? Ey, du bist Zweiter! Ja, irgendwie. Irgendwie geschafft. Ähm... Antennen? Verstehst du nicht? Spielefilter? Hä? So, was willst du? Haben wir einfach alles von hier genommen. Stimmt! Wir haben keine Fahrhilfe an, wir haben keine Antennen, wir haben keinen Spielefilter. Die Spielefilter hast du wegen deinem Laden, äh... Gedönskabel. Guck mal! Immer wird das ausgewählt, was ich will. Was du willst. Ja, ist doch schön. Ja. Hä? Hä? Wir spielen die nicht ungefähr. Okay. Und wieso bist du wieder Erster, wenn du nicht ungefähr spielst? Ja. Weil ich fahren kann. Ich blicke hier überhaupt nicht durch, ich überhole das die ganze Zeit. Das ist jetzt auch nicht so möglich. Das ist einfach nur, weil die Strecke so kurz ist. Das ist einfach nur, weil die Strecke so kurz ist. Sieben Runden? Echt? Dante, danke für deinen Host. Was? Was ist da passiert? Echt? Ach, deswegen fliegt man nie runter. Kann man das ausstellen? Weißt du? Das ist so eine Fahrhilfe. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum man nie runterfliegt. Ah, okay. Ja, dann lass mal ausstellen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Badaboom, ich geh mal kurz noch mal aus der Lobby raus. Joinst du nachher einfach nach? Was? Aha, Cheater. Charakterauswahl, Plus drücken und dann einmal... Achso, also kann ich das doch in der Lobby schon machen. Loil, okay. Hier und dann... Hier und dann... Ach, ne. Charakterauswahl, Plus drücken und dann... Wo ist denn mein Plus hier? Nö. Nö. Achso, 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 okay. Was? Und dann jetzt hier. Ähm... Ah, okay. Was ist denn dieses SR? Hä? Keine Ahnung, was ist das SR? Ach, das kann ich auch ausstellen, geil. Das erst mal direkt erst mal ausstellen. Ach, du hast das die ganze Zeit aus? Oder hast du das jetzt auch erst ausgemacht? Ich hab jetzt ausgemacht. Das da. Ich hab's jetzt ausgemacht. Ah, okay. Weil das ging mir eigentlich voll auf den Kittel, dass wenn man sich ein bisschen bewegt hat, dass das direkt mitgegangen ist. Was? Warte, boom ist ja schon in der Lobby. Äh, will denn noch jemand mitspielen? Achso, bei Firefly funktioniert es ja eh nicht. Nochmal? 200? 200. Jetzt fliegen wir auch aufs Akante aus. Oh Gott. Das ist nicht gut. Warte, ist das immer ausgeschrieben? Ich hab's ja klar. Das ist so gelogen. Ich wusste gar nicht, dass man das umstellen kann. So, was willst du fahren? Irgendwas machst du. Irgendwie so. Ja, das dann nicht. Nein, wir machen hier so. Gar nicht wahr. Ist R? Das ist bei den Joy-Cons die aktive R und L. Automatische Beschleunigung. Oh Gott, jetzt mit der Fahrt ohne Fahrhilfe. Irgendwie bei raus. Jetzt kann ich bestimmt viel besser spielen, weil nicht diese automatische Fahrhilfe. Alles klar. Hatschi-Cons. Gesundheit. Immer diese Ellbogen-Annäherung zu nehmen. Ja, du machst dich so bereit. Jetzt. Ah, okay. Jetzt sind schon ein Donner-Eis-Kinder. Ah, okay. Ich hab mich schon die ganze Zeit gewundert, warum man in dem Regenbogen-Ding noch nie runtergefallen ist. Okay, man sieht direkt, wie schlecht man spielt. Ja, jetzt musst du das mal wieder umdrehen. Boah, wie oft man dann gegen die Mauer fliegt, wenn man es fliegt. Ich glaube, ich mache es wieder an. Das ist ja eigentlich gerade das richtige Mario Kart. Man muss halt nur den Dreh wieder rauskriegen. Ey. Okay. Jetzt fliege ich wieder runter. Jetzt ist wieder Mario Kart. Okay. Okay, das Driften kann man jetzt echt nicht mehr so viel für benutzen, ne? Ja, irgendwie nicht. Nicht so wirklich. Nein. Zweiter noch. Guter. Wir waren erster. Okay. Okay, das war echt. Das war schon anders. Auf jeden Fall. Ich habe überste Muskelkater, Jun. Ne, ich habe im Nacken Schmerzen. Oh, das war schon anders, muss man sagen. Uiuiuiuiui. Exit-Bike-Stadien. Studium. Au, ja. Ist das denn jetzt eigentlich immer automatisch ausgestellt oder muss man da jetzt jedes Mal dran denken, dass man es wieder ausmacht? Bum. Und ich wollte schon sagen, boah, das Spiel ist ja mal was für meine Schwester, weißt du noch, bei Mario Kart hat mir immer runtergefallen. Ja, die kann das ja, wenn die das anhat, kann die das ja nicht. Ja, das ist ja aber unfair. Ich habe mich schon gewundert und ich dachte, hä, ich falle die raus. Ja, ich habe auch gedacht, die hätten das rausgenommen oder so. Aber ist nur für dumme. Nein, das ist langweilig. Das macht ihr nicht. Weg. Ey. Baah… So, Hopp. Was. Hier. Boah, was war das denn? Turbospeed vorbeigefahren, ey. Oh, äh. Ich bin rausgeworden. War zu hoch. Gut, dass ich nicht erster bin. Wisch ich mit der Banane heilig. Nein. Oh nein, ich hab nichts zum Schutz. Oh, die Junge heilig nicht zu fassen. Immer wieder das Gleiche. Guck mal, ey, ich war so gut... Hä? Ich glaub, die Banane heilig noch im letzten Meter kommt. Alter. Ah, okay. Bei einem schmerkt sie sich das immer. Gut, ja, gut. Muss man dann halt immer wieder schauen, was man dann dran denken. Das kann natürlich sein, dass er bei mir jetzt abgespeichert hat, aber bei dir halt nicht. Aber, das hat echt weh getan. Gegen Ende. Ohne. Die letzte Drücke habe ich dich überholt. Ja. Was? Vielleicht Zeit, dass wir wirklich den Adapter mal holen, gell? Für Xbox-Controller benutzen. Wir spielen gar nicht mal das hier dabei. Ja, aber ich finde hier die Stelle irgendwie voll unangenehm. Weißt du, wo du hier den Finger da dran legst? Ich gucke dich immer vor die Abgriffe an. LTF, was ist das denn bitte? Wow! Okay. Nein, nein! Au! Was hast du davon? Hey! Wer vermöbelt mich denn mit seinem komischen... Oh! Weil wir beide einfach rausgeflogen sind. Was, ich bin Platz 8? Das geht nicht. Alter! Was ist denn los? Was? Was? Du kannst ja mal vom Gas gehen, gell? Das wäre ne Idee... Ich weiß, ich sehe nix. Was ist denn alles? Nein, es war zu mir der Worte. Alter, das ist viel zu schnell! Scheiße, nein! Bleib doch nicht so eng! Wer ist der Erster? Guck mal, wie die mich zerlegt haben. Schon wieder. Gegen Ende. Alter, voll! Schwede! Wieder Sechster. Letzt Mal auch Sechster gewesen. Du spielst, glaube ich, unfair. Weil die Mädels werden nicht immer so angegriffen. Die werden eher verschont. Alles, was... Jeder... Ne, warte, was soll ich sagen? Was soll ich überhaupt sagen? Das Denken der André! Die einzigen, die was abbekommen sind, Pilzköpfe wie ich! Ich fall vor dem Ziel runter. Pilzköpfe wie du? Ja, du bist ein Pilzkopf. Definitiv. Guck mal, der Buben bekommt nie was. Ja, gell! Er wählt immer was aus, aber bekommt es nicht. Ach das Level. Hatten wir das schonmal? Hier fliegt ne Fliege. Ja. Die ist schneller als wir. Vermutlich. Erzähl dir jetzt eine Anekdote. Ja, erzähl mal. Ich hab ne Fliege geflogen. Fertig. Anekdote zu Ende. Nein! Nein! Ich bin immer viel zu schnell in den Kurven. Oh, äh... Falsche Abgebot! Whoops! Ah, da darf man eben fahren. Oh, ähm... Ey, ich bin fast wieder in die Map reingezogen. Ey, nein! Nein! Jetzt war keiner mehr in der Nähe fahren. Du hast mich gerade vom Fallen gerettet, danke. Du hast mich gerade vom Fallen gerettet, danke. Ja, ich bin schon. Ach, jajajajajajajajaj... Nein! Nein! Ich fall immer an der Wemp-Stelle runter. Nein! Wow! Ich hab gedacht, ich könnte es noch schaffen. Aber... Wie viel Unglück kann man denn bitte haben? Wie viel Unglück kann man denn bitte haben? Das ist nicht normal! Wie viel Unglück kann man denn bitte haben? Das ist nicht normal! Das war so frech! Das war so frech alles! Das ist zum Beispiel... Beschleunigungs-Pfeil, ne? Ich fahr dahin, wird abgeknallt, flieg über diesen Pfeil und lande kurz über dem Pfeil. Und fahr dann super langsam weiter. Das ist nicht normal! Ich werde dich jetzt verlassen, ne? Echt? Ja! Jetzt schon? Jetzt schon, ja! Habe man eine Stunde mitgespielt? Ja, genau! Ja, ich muss... Ich muss leider lernen, äh... Wadabum! Du hörst ja zu, ne? Du... Kannst dann allein gegen Isa kloppen. Jetzt hast du einen... Rivalen weniger, ne? Das wird jetzt leichter, weil dieser alleine kann sie nicht so gut. Macht sie halt mehr... Mehr Fehler und so. Also, ich glaube an dich, mein Freund. Komm, geh! Tschüss! Nimm aber bitte deinen Stuhl mit! Nee, den stell ich jetzt nicht... Hurra! Er ist weg, hurra! Oh! Alter Schwede! Ich würde ihm jetzt gestört, wenn ich mir das Freund einsen würde. Er liegt. Ich würde ihm jetzt gestört, wenn ich mir das Freund einsen würde. Hey! Schön! Da fällt jemand einfach runter. Ja! Dann guck mal! Wo meine Schuhe sind! Ähm! Hast du? Ja! Jetzt habe ich ein zweites Kabel rumfliegen. Ich muss aber die Lobbykarte mal neu aufmachen. Nase juckt. Sonst kriege ich den Jungen nicht raus. So. Warte mal. Probier das jetzt mal. Mit dem Controller. Ja, viel Spaß. Hä? Achso. Hey. Warum will denn denn nicht ab? Ist immer noch im Discord. Hast du mal probiert, ob das überhaupt geht? Achso, warte mal. Der checkt das jetzt nicht mit dem Controller. Muss ich komplett zurückgehen? Achso. Jetzt checkt er das mit dem Controller, glaube ich. Ja. Warte mal. Wir probieren das mal. Weil ich weiß halt nicht, du bist ja mit dem Handy drin, ne? Ob, ähm... Wenn man dann halt, ähm... Das Spiel im Hintergrund hört, weißt du? Let's go! Irgendwie ist der Sound leiser. Wartet mal. So, du kannst jetzt wieder joinen. Ich muss mal gerade unter den Tisch. Okay. So. Viel besser. Hi. Ja, man hört das Spiel im Hintergrund. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ja, warte mal. Du hörst mich, gell? Ja. Du hörst mich, gell? Aber nur dumm, halt. Ja, was funktioniert. Ja, jetzt höre ich im Moment, das Spielmann nicht. Ja, ich hab's noch kurz leiser gemacht. Achso. Ich hab's noch kurz leiser gemacht. Ja. Dann mach ich gerade deinen Stream aus, weil... sonst habe ich hier zuviel indifferenzen ach so weil du mich dann noch mal später hörst ja ja so geht spürt mit handy tun das ja gut ist mir groß halt nicht so gut wie am pc das ist mit mal schon einstellen hat man genau jetzt gucke ich mal gerade ob der die einstellung gelassen hat warte mal plus drücken okay bei mir hatte die einstellung gelassen oh gott das ist jetzt das erste mal dass ich mit dem kompletten controller spiele aber angst wollen wir rennen machen oder willst du mal den ganz machen spiel ballon oder so ballon können wir auch mal machen komisch dass er bei dir die einsteller beim jahr und mehrere die komplett rausgeholt die bewegungssteuerung ist ja eh blödsinn die hast du beim xbox controller eh nicht was denn der steht am fenster und guckt ins fenster hat die hoffnung dass man ihn in der kamera sieht aber man sieht nur sonnenschein weil ich habe ja ohne queen screen gilt er wieder nach aufmerksamkeit so habe ich kommt angemacht oder spielen wir jetzt alleine ja kommt es an ja da geht wieder nach aufmerksamkeit schlimm ist schlimm der mann ich habe keine ahnung hast du die match schon gesehen ja wir haben letztes mal die maps gezockt minimal hast du die alle dabei kommen die kommt füllen immer komplett alles auf komisch mit kompletten control aber es ist definitiv besser wie nur mit die joy cons tja das siehst du am namen eigentlich ich glaube ich muss dich aber gleich im discord mal was lauter machen weil das spiel ist echt laut ne ich meine mein spiel ist halt auch laut weil ich du kannst ja die musik vom spiel nicht runter drehen ich habe noch keinen einzigen getroffen nur zum fliegen glaube ich dass du springst ich habe endlich mal jemanden erwischt ich habe dich auch gerade erwischt ich habe dich auch gerade erwischt ach ich schaue jetzt betreiben ich habe mich Ja, du verlierst halt deine Punkte für die Leute, die du getroffen hast, wenn du einmal stürzt. Verlierst du so eine gewisse Anzahl an Punkten, frag mich scheiß nicht, wie viele. Au! Er hatte da drei grüne Schilden. Au! Scheiß nicht, hau! Geh fort! Ich meine, das muss kein Match brauchen. Ah, das ist ja gut. Ist du? Ich bin extra angehalten. Ja, ich muss nicht mal hier beim Discord was lauter machen. Sag mal was. Was? Und was? Wow? Ja, hier, was? Wow, oder was? Wow, was? Was, wow. Ne, weil während dem Spiel bist du echt mega leise, weil halt, äh, ich kann ja keine Einstellungen machen im Spiel, weißt du? Ich würde gerne die Musik halt wenigstens ein bisschen leiser machen, weil die Musik ist schon laut. Ach, was haben wir? Haben wir jetzt die gleiche Web gewählt? Ist ja cool. Feinbar. Scheinbar. Feinbar. Feinbar lustig. Ich habe nur eine Stunde mitgespielt, die kleine Nase. Ja gut, er muss lernen. Dietz sagt prüfen. Auf. Der Arsch hat nach hinten geschmissen. Das war ich gerade auch mit meinen. Bananas. Hallo. Ach, warum hätte ich einfach so'n blöden Ding getroffen? Dwirst du als nicht? Um, eben muss man nur die Kino. Bay, br сами das bis es wieder hoch geben kann vorne. Da ist Floyd Toldu. Was haben wir jetzt? Geht. Aber wir sind ja quasi noch rot. Was haben wir vielleicht ehrlich gemacht? G Quick Dru. Folgne ayuda. Au! Ich hab mir selber ausgefallen! Cool! Das ist nicht lustig, ich glaub das liegt. Batsch, hab ich dich! Nein! Boah, hast du einen Samurai! Und ich zerfährst und grad an der vorbei. Boah, diese Pflanze, wo du diese Kinder mit dem Schütze übersprungen hast. Oh, ich hab dich getroffen! Aber du, nochmal! Ach, bumm! Das bricht der Pumarang eigentlich. Hä? Das bricht der Pumarang. Aber warum verschichte ich denn nicht da vorne, du? Ey, das war ja unfair. Der hat sich genau in dem Moment als Geist gemacht. Da war! Boah! Boah! Au! Oh nein, ich hab alle Punkte verloren, weil ich grade... ...komplett gestorben bin. Boah, 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 boah! 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 Boah, boah, boah! Boah! Boah, boah! 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 Boah, boah! Boah! Das ist doch kacke! Ich hatte noch einen Ballon... und das war auch jetzt aber es voll war das stimmt warte wie es von hausen wir waren ja gestern schon wieder wie bei der map holt ernst heiko danke für den host was also war das gott wieder ich habe mich selber erwischt toll wer schießt ihr da schade ach igi yes Au! Tja, ich weiß nicht. Oh ja. Nicht da. Oh, die Musik ist einfach so mega laut. Ich schrieb immer nur so dämliche Bananen. Au! Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Aua! Au! Ich hab das nach hinten werfen noch nicht drauf, ey. Ja, das ist ein bisschen tricky. Musst du dich rückhalten und dann den Zug da retten. Jaja, aber ich denk da nie dran, weil, äh, warum? Das ist ein bisschen zufrieden. Ho, geht doch. Hey! Das ist schon mal. David. Weghehl. Aua. Verkackte Bombe. weil du gewonnen hast weil du auf dem platz 1 bis ich habe keine ahnung ich habe keine krone gesehen weiß nicht was du wovon sie sprechen muss man mikrofon für dich online turniere machst du ja für online kann man eigentlich wirklich angeben online turnier oder meint jetzt nur das normale online spiel wo du ein raum erstellt weil ich kann mich erinnern ich so gut damit aus ja das war daneben eine panzer die will keine rauch effekt der interview und schießt die ganze zeit ah ok ich habe das bis jetzt immer nur gemacht mit online spiel und dann per freundes code halt join muss man dann auf turnier gehen bis jetzt und bei mir sind ja noch nicht so viele die dann mitmachen würden von daher macht ihr das im moment erstmal mehr laune also auf turnier und dann kann man online einstellen ok wusste ich hab bis jetzt noch nie auf turnier geklickt ich bin immer direkt auf freunde und irgendwas gegangen freunde und klar weil es sind ja wie gesagt eh noch nicht so viele die mitmachen und beim turnier glaube ich macht es echt mehr sind wenn mehr zuschauer mitmachen hilfe 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 was nein mit schien mal zu tun ich hab noch nicht eine rote schildkröte gab ja jetzt habe ich eine ich habe keine ahnung wer gewonnen ich bin vor dir immerhin ich bin vor dem ja knochen trocken was lüften mein ohr es war so warm und ein ohr natalia gute nacht immer gerade was zu trinken gut gut Ich glaub ich mach maximal bis um zwei, ich will gleich glaub ich auch noch ein bisschen raus. Sieht so schön aus. Jetzt kann ich aus dem Fenster gucken. Das kann ich aus dem Fenster, du bist echt kein Kellerkind mehr, ja? Ja, sonst muss ich ja immer, nee, ich wollte jemand anders, hallo, zurück. Äh, sonst muss ich ja immer raus, äh, roll das runter, weißt du, wegen nem Greenscreen. Greenscreen. Greenscreen? Greenscreen. Oh, wiesig. Hm, ich bleib beim Moped. So, was willst du jetzt? Mir wurscht, du darfst entscheiden. Oder soll man noch mal Rennen machen? Irgendwie hab ich mehr Bock auf Rennen. Dann mach einen. Obwohl ich die ganze Zeit rausfliege. Mein Gott. Gutes Deutsch. Dann lass uns, ja, hätten wir auch vielleicht ein bisschen langweiliger machen können, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Nein. Wir können 200 davon machen. Nein. 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 Langsam ist langweilig. Ja, du bist auch langweilig. Ja. Und? Problem damit? Ja. Problem damit? Nämlich kann nicht jeder langweilig sein. Alle sind immer nur toll und spacey und super. Und muss auch Leute gehen, die langweilig sind. Ja. Was denn, Heiko? Ja. Ja, guck mal, wie süß. Du bist, was bist du? So ein klein. So ein kleiner Wonne proppen. Ja, du spielst immer den Mario, gell? Ja. Natalia, danke für dein Follow. Gut, dass man die Sounds bei dem Spiel echt nicht hört. Ui. Wow. Wow. Ui. Ui. Ja, natürlich habe ich die Milch. Und natürlich bin ich klein. Immer dieser, immer dieser Blitz. Ja, ich weiß. Ich habe es jetzt auch schon gemerkt, dass das kaum Steuerbiss. Ne. Was? Ich sollte nicht auf den Chat gucken. Ähm. Ne, dass 200 cm kaum steuerbar ist. Ja. Nein. Echt zu schnell irgendwie, komischerweise. Hm? Das ist zu schnell irgendwie, ich weiß auch nicht. Das heißt zu schnell, aber die Strecken sind irgendwie... Ja, du kannst das halt kaum steuern. Ja. Habe ich schon wieder Fahrhilfe an? Ich will ja jetzt nicht hoffen, dass die schon wieder an ist. Hast du hinten eine Antenne drauf? Nein. Ja. Also kann ich einfach fahren. Kann ich einfach gut fahren. Beziehungsweise damit sagen. Ja gut, die Map ist einfach. Die Map war jetzt aber auch einfach. Hey, immer einen dritten... Ach, hast du einen dritten Platz? Also mecker nicht. Ja. Ja gut, die... Aber wie gesagt, die Map war ja auch einfach. Ja. Andere Maps sind bei der Geschwindigkeit echt gruselig. Ja. Definitiv. Können wir nehmen den Wasserpark. Lass uns... Ja. Lass uns einfach die... die... die Pilzdinge holen. Pilzdinge? Ach so, die ersten. Ja. Oh, welche Strecke wird du holen? Oh, Spannung! Ich weiß es nicht. Und... Es wird... der... Wasserpark. Schade, ich dachte es wird der Wasserpark. Schade aber auch. Ja, ich wäre sogar der Wasserpark gefahren. Ja, die ist so süß. Ich bewege den Popo so süß. Geh dir mal nach links, rechts, links, rechts. Oh, äh. Ich krieg das immer noch nicht hin mit dem Start. Ja, wie süß. Ja, natürlich erwische ich die einzige Kante. Und ich erwische die einzigste Lücke, wo kein Block ist. Das ist blöd. Ach, auch nicht. Na. Bauer. Oh. Ach, warum drücke ich das immer? Obwohl niemand hinter mir ist. So, wieder. Ach, ich hasse es. Diese Dinger kommen immer dann, wenn ich erster bin. Kleine Ahnung. Äh, Mauer. Hilfe. 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 Au, au, au. Ich bin ganz ehrlich, ich hasse diesen Blitz, gell. Da geht man so oft Kittel. Ja. Ich hab' die schon weiter. Ja. Erster. Ja. Guter Platz. Habe ich nicht lachen hier? Nein. Boah. Ich will nicht fit da bin. Mario Rabbids ist im Angebot, hab ich eben gesehen. Hast du auch gesehen? Hast du nicht gesehen bestimmt, gell? Ich will mal überlegen, ob ich mir das holen soll. Warte, warte mal kurz. Ja. Ich geh mal kurz. Bibi machen. Mach das. Ach ja. Krach, ey. Ach so, das Rennen geht los. Kann ich nicht aufhalten, gell? Geht dann, glaub ich, sowieso los. Jo, ähm. Kann ich jetzt nix machen? Dumm gelaufen. Kann ich jetzt gleich pausieren? Irgendwo Pause. Komische Geräusche von draußen. Wenn ich das so mache, ist das pausiert? Frage. Ja. Oder? Was pausiert? Ich weiß es nicht. Ne. Gerade. Der wird er halt letzter. Was? Okay. Das hatte ich auch noch nicht. Gut. Sonst. Muss halt gleich nochmal nach, nach, nach. Sollen. Nintendo-Server. Ja, geil. Ernsthaft? Hast du das öfter schon gehabt? So, aber jetzt. Wo er mal pinkeln ist, gehe ich auch mal pinkeln. Ich bin sofort wieder da. Trolate. Boah. so ich könnte auch mal dieses turnier ausprobiert wo er ähnlich das so turnier erstellen deswegen hat es auch das mit der rangliste weicherte das bitte wahrscheinlich nicht was fährst du dann immer 150 dann dieses 200 uhr 200 ist echt bisschen was ist denn eine schlauch steuerung und zeiten 100 fährt niemand was ist bei zeiteinstellungen teams furios ist noch nie umgestellt muss man bei der zeit irgendwas einstellen ach so das ist diese antenne ok wieso heißen das schlau muss man hier irgendwas einstellen bei der zeit ein langsam reden zeit entstehen kann auch jetzt machen ich eine startuhrzeit eingeben gott das war wohl der hund das war die mutter noch irgendwas ich merke mir das alles was machst du davon krach hallo 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 du machst krach ich mach mal turnier wie das jetzt mal schlau ja wie schick ich dir denn jetzt warte mal ich schick dir mal ein code ich hab mal das mit dem turnier probiert ok ich schick dir mal auf freund und mitspieler auf turnier und dann kannst du da diesen code suchen im stream einblenden mit code suchen das ist so ungewohnt dass a b ist und b a ist ohne bindestrich hätte ich gehe einfach nur die zahl ok egal wo ich sind und tschut ist auch hier oben kann man das lesen und dann kann man da einfach mitspielen gehen wenn ich jetzt hier eine straße schon auswähle geht das dann einfach schon los werde ich jetzt mal oh gott jetzt verlieren wir gegen profis die das regelmäßig spielen werde ich mit dir meinst du ja es ist egal welche oder darfst du eine aussuchen du hast aber noch drei sekunden zeit warum haben alle party fast okay ich krieg angst ist aber keine ahnung okay kiki kiki warte mal gab ich kiki nicht eben auch im chat gelesen oh sorry kiki ich habe dich überlesen kiki sei brav du bist rausgekifft ja bin ich gut ja ich hab jetzt schon gewonnen ja 150 200 spielt niemand warum fliegst du so nicht fair ich hasse diese map ich habe die sogar so eine engine gab es ja bei 64 auch ich hab die auch gehasst die strecke ja wegen den autos oh ja das will ich auch mal ja ich hab ihn getroffen ich will nicht haben mit dem umarang heiko ist auf platz eins das geht nicht warum komme ich mir so langsam vor ja wie ist das auto ist hochgeflogen aber schade reicht nicht osa hoch ja oi 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 toll okay das ist nein Ich glaub, wir sollten öfters so Turnier machen. Ist viel besser. Ey. Oh. Oh, ernsthaft. Tschüss, Bus. Tschüss, Bus. Platz 4. Platz 9. Ja, war klar, Heiko ist auf Platz 2. Und ich war doch nicht mal so schlecht. Echt? Wir Münzen, dann bist du schneller? Okay. Ja, gut, ich... Ach, das ist der Sinn an der Münze. Du kannst aber auch nur 10 aufnehmen, ne? Ja. Maximal 10 und deswegen... Dann bist du schneller, okay. Gut, das wusste ich vorher auch nicht. Ah, okay. Ich würde ja jetzt gerne schlau irgendwas auf Französisch antworten, Kiki, aber... ... kann kein Französisch. Valevou Frosse. Wow. Kann doch n anderen Satz sind, sag ich aber nix. Nein, lieber nicht. wasser 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 umpa lupa umpa lupa wasser umpa lupa wo war der umpa lupa ach stimmt steht auch frankreich da unten sehe ich jetzt diesen staat den krieg ich nie hingebarte bei kurzer 2 jetzt echt aber war das nicht also bei n64 meine ich war dass du musst es alle drei erwischen oder da war das auch dass du da ich fall immer runter jetzt ich wusste ich dachte wirklich die hätten das rausgenommen mit dem runterfallen ich wusste nicht dass seine fahrhilfe drin ist ich habe die ganze zeit auch in der karriere also im single player getreten gehabt da auch noch so eine schöne anständig aber nicht aber die fahrhilfe es wäre wirklich für meine schwester ideal weiß warum die fällt auch darunter wo man nicht runterfallen kann ich war direkt neben dir ich bin dieser kleine pups immer noch der kleine pups der gleich wieder runterfällt nein ich überhole jetzt den heiko es geht nicht der heiko kann nicht vorne sein er spielt das zu oft das ist unfair ich bin auf platz sechs vtf ich bin auf platz sechs vtf ich bin auf platz sechs vtf Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Ich mach' mal Fehler. Nein, warum? Ja, traumlos. weil ich zwölf da bin ja und vierter ich bin acht jetzt kriege ich diese rakete oder als freaks jetzt warst du mega fies ja auch auf französisch für kiki aber ich glaube turnier kann ich aber nicht obwohl ein turnier müsst ihr eigentlich auch gehen wenn der fladi neben mir sitzt dann muss ja bevor ich auf turnier gehe muss ich ja schon angeben dass zwei spieler sind das dachte ich gerade steht schon wieder am fenster das war nur die blumen die sich bewegt haben gespenster klar okay ich glaube dann machen wir das nächste mal wieder turnier das ist viel besser muss ich immer gucken ob ich irgendeine freundschaftsanlage eine anfrage gekriegt habe mein gott habe heute wortfindungsstörung das macht nichts war das nie so tschuldigung gesundheit und schon wieder viel zu früh gekriegt nein der marco macht das alles ohne driften ist doch der retro retro kia ja jetzt macht aber da driften was sie so ist gesagt nur dass beim stream das ja sechs sekunden später ankommt weißt du doch natürlich und spieler sind da Zwei Stück. Tschüss. Darauf habe ich nur gewartet. Scheiße. Na? Boah. 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 Wie fies war der denn? Was denn? Wo bist denn du? Neunter. Neunter? Wo der war fies. Was denn? Boah. 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 Ich hab nix gesagt. Wolltest du grade Schnauze sagen? Nein. Wieso kann Kiki so gut fahren? Weil sie bestimmt die Fahrhilfe anhat. Hoi. Ne, Fahrhilfe ist bei Turnier musst du als Turniergeber entscheiden, ob die an oder aus ist. Ich muss den Regeln festhalten schon. Au. Ja. Oh, ich hab noch gar keine Münzen aufgesammelt. Nein. Nur weil ich unbedingt driften wollte, ey. Geh weg, das sind meine Münzen. Nein. Oh, fuck. Eins auf den Stern. Ich seh nix. Nein. Ups. Äh, Sailor, danke für dein Follow. Ich kann Phasen, find ich wilde. Ey. Ich muss echt die Alerts lauter stellen, weil ich hör davon gar nichts. Ich hab nur gesehen, dass der rechts sich auf dem Bildschirm was bewegt hat. Das ist voll schade. Sechster. Äh, kann mir einer sagen, ob ich zufällig die Sounds der Switch irgendwie leiser stellen kann? Seh, das gibt's so nicht. Also, äh, so Musik oder so von dem Spiel selbst. Aber das ist voll schade. Die Alerts sind eigentlich laut, aber man hört die überhaupt nicht. Oder ich hör sie zumindest überhaupt nicht. Äh. Komm, mach her. Lull. Ernsthaft? Ups. 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 Ja, ich weiß, aber irgendwie krieg ich das nicht hin wegen, ähm. Nein, kann man nicht. Schade. Ähm. Ups. Irgendwie hab ich das nicht hingekriegt jetzt. Ups. Ups. Mit der Fahrhilfe ging's einfacher mit dem Driften. Ups. 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 Das war doch eine zu schwere Entscheidung. Ups. Da hat das Driften noch Spaß gemacht mit der Fahrhilfe, gell? Ups. 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 Mist. Mist. Boah, haarscharf dran vorbei. Au! Ey, was soll'n das? Ja, ich krieg' genau die Bombe ab, weißt du? Entschuldigung! Warum kriegt ihr eigentlich alle... Och, scheiße. Immer diese blöden Sterne. Nein! Sagte sie und kriegte selbst ein. Nein! Ernsthaft, ich bin an einem beschissenen Baum hängen geblieben. Wollte zu viel. Ja, wenigstens neunter. Scheiße, ich wollte zu viel! Dann bin ich gegen ne blöden... ...Baum fahrt. ...Baum fahrt. Hm? Was muss ich jetzt auskosten? Ich bin vor dir! 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 Ja! Frechheit! Was soll das denn heißen? Frech! Hallo Jason! So viele bekannte, äh, Namen! Hallo Jason, 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 Jason! Nehmen wir das. Lol, alle? Ah, cool! Und dann kann während dem Turnier können dann die Leute noch joinen. Ist ja cool! Toin, 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 toin. wir müssen das nächste mal turnier machen viel mehr laune dann können dann können die leute nämlich einfach über übern code ja jetzt bist du nicht da gegen heiko fahren können lernen was die decke ach so du meinst ein handtuch vorauslegen oder was okay ich wollte schon gerade sagen willst du dich draußen zu decken oder was das piegessen da war ja eine mauer auch das schlamm nein ich verpasse die ganze zeit diese eine blöde kurve hoppala da kam was angeflogen zwölf da so schlecht falsch diese eine blöde kurve nein nein ich will es noch überholen ach man schaffe ich nicht mehr schade ich weiß nicht warum ich öfter bin ich bin siebter spielt das viel zu oft großstadt hatten wir glaube ich schon ja egal ist es wie alle kurs hat die alle großstadt wollen schneller oder ist es genommen scheiße was dann karte sport kraft was ich jetzt aber wollte ich nicht so also wird jetzt verlieren natürlich ich drücke schon wieder einmal zu früh ah Tschüss. Au. Wer war das? Wer hatte die Bombe? Oh, nicht gegen dich fahren. Oh, scheiße. Au. Meinischer Unterfall. Ach da, ernsthaft? Nein, Mauer. Oh, ich auch. Wie, du auch Achter? Ja genau, ich auch Achter. Und schon wieder diese blöde Kurve. Alter, war das knapp. Ich hab grad beinahe schon wieder rausgeflogen. 9. 12. Ne, 11. Heiko bei 4. Das geht aber noch. Was, Natalia war erst? Scheiße. Oh, shit. Die Banane. Oh, wie schön. Bei. Bananna. 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 ich mir dieses marion weapons kaufen soll aber das kostet halt bei amazon 1 10 euro mehr wie bei amazon ohne angebot meine ich das kostet bei amazon ohne angebot 30 online kostet das normalerweise 40 und jetzt aktuell 20 das sind nur zehn euro unterschied ist und ich habe zwar gesagt ich kauf nur keins mehr aber ich habe angebot gesehen dann dachte ich ja aber schluss ich nicht also frauen angebot angebot kaufen kaufen ich habe gelernt ich muss immer snaps hin machen weißt du schlamm was nein schlamm ja habe ich dann auch so scheiße schlafen auch schon wieder schlamm ja aber deine eigenen sounds stören jetzt gerade na was machst du warum das war gut der sehr gut außerdem ich hab nicht so verstanden was sie da gemacht hat was soll das hat ja ich einfach weg getränkt dann bist du schon wieder vor mir ich hab's doch gerade beholt weil ich gut bin ich da freie war mit marzipan ich hab ein paar mitgenommen hey hey au 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 jetzt hab ich gerade eine rakete gab aber ich wollte bestimmt schon aufregen siebter elfter ich spiel doch gar nicht mit lenkrad du hast die festgelegte anzahl an partien gespielt patiniert kiki hat gewonnen wo bin ich vierter und du bist fünfter na immerhin bin ich vor dir also spiel nochmal warte mal deine ab jetzt erzielten ergebnisse werden nicht für die rangliste gezählt muss ich noch mal neu ah neues turnier muss ich erstellen ok kann ich schon unter mitspielen gehen ist das dasselbe code ne warte mal ich erstelle gerade neu bis zu viel sind möglich ja gut ich mache sowieso nur noch ein turnier und dann haben wir wahrscheinlich zwei gehe ich mal von aus du darfst du darfst den heiko ablösen das finde ich gut warte mal kommt schwierig hier war furios das war aus mal gucken ob ich mir das alles merken kann hier aber ich finde ganz ehrlich das wird das geht eigentlich relativ gut und ich das auf unbegrenzt stellen hier geht unbegrenzt gut ok dann weiß ich fürs nächste mal bescheid dann wir haben das nächste mal direkt unbegrenzt code habe ich alles ich glaube ich habe alles ich meine ich habe alles doch und gibt mir den code ja warte ich trage den karten ihm an wo sind man das gut ja dann mach ich glaube ich das nächste mal direkt unbegrenzt das finde ich besser ok dann tschö heiko und hallo madi ja ich möchte dran teilnehmen oh verdammt echt das geht aber nicht heiko spielst du weiter bitte mario master 90 danke für dein follow so quietsche toad was für n was für n was was hast du gesagt quietsche toad quietsche toad toad ja quietsche weil ich weiß quietsche 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 aber jetzt haben wir jetzt schon wieder so freaks dabei ja das sind liebe freaks wir spielen es halt nur sehr oft das ist halt der nachteil ja das meine ich das meine ich ja liebe freaks die zu viel Zeit haben geht doch lieber raus in die sonne ist doch viel zu schön draußen stimmt nadine warum warst du noch nicht da wer ist nadine kann ich das eigentlich beeinflussen ob es schon startet oder nicht oder startet das auf einer gewissen anzahl an leuten schade aber gut man kann ja immer nach join ne das ist ja eins der vorteil da dran aber bei dem anderen kann man immer erst dann nach join wenn das wenn die vier rennen oder wie auch immer man das eingestellt hat rum sind das kommt das kommt das hat ich ja das hier das kommt aus Ich habe das abgespüllen gehabt. Entschuldigung. Weiß. Isi, warte mal, ich muss ja noch sagen, warte mal. Verstehen. Nein. Du musst sehen, was bei deinem Reifen ist. Oh. Ah, okay. Achso, man kann auch direkt über Freunde joinen. Wusste ich nicht. Da muss ich dir ja den Code gar nicht schicken. Chicken McNuggets. Au. Au. Jetzt habe ich endlich mal erst. Ah, okay. Nee, gut. Dann weiß ich Bescheid. Also du kannst auch direkt über Freunde dann joinen. Musst du den Code dann gar nicht zicken. Woher habe ich dieses Sicken nochmal? Ach ja. Sicken. Ja. Das habe ich schon lange nicht mal gehört, ey. Okay. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer gewonnen hat. Oh ja. Oh ja. Ich wollte runterfallen. Nein, tu das nicht. Du hast jetzt nicht gewählt. Nein. Nein, die wollen wir nicht. Nein, die wollen wir nicht. Doch. Ja. Hä? Warum bist du denn? Achso, du hast den Punkt. Okay. Ich mach Platz 1 irritiert. Nee, nee. Du musst auf die Punkte achten. Ist mir auch aufgefallen. Ist mir auch aufgefallen. Ja. So, hoffentlich kreiselst du dich jetzt. Achso. Achso. Ist bei Start. Hui. 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 Weg da. Ey. Ist nicht lustig? Ich muss mal Geld einsammeln hier. Wie ein wahren Leben. Hm? Das ist wie ein wahren Leben. Was? Au! Was du Geld einsammeln musst. So langsam. Problem. ... ... Au, wer war das? Ja, ich habe das gesehen, dass du nach hinten geschmissen hast, geht aber nicht. Natalia ist schon wieder auf Platz 1. Au, das war doof. Ja gut, hier konnte ich auch nicht viel machen als im Kreis fahren. Boah. Was? Der war gerade, der war. Ich war schon dafür gerade voll böse, wa? Nein. Das war nicht fair. Doch, das war fair. Ich bin ein Punkt unter Sailor. Das muss sich ändern. Oh Gott. Willst du noch weiter zurücklegen? Okay. Nein. Oh, da hat jemand seinen Start verkackt. Hui. Mist. Drück zu früh. Mit der Hansel. Das trifft mich... Das trifft mich einfach nicht die ganze Zeit. Das gibt doch nichts. Au. Das habe ich alle Münzen weg. Ich seh nix! Wieder wurscht! Ooooooh! Ich war's! Na, voll in die Flamme. Ich check das nie, dass hier eine Kurve ist, Mann. Vor allem, da krieg ich diese blöde Mauer. Na, ey. War der fies? Der war fies, ja, weil ich gerade oben war. Ich weiß. Oh, nein. Ja. Fiesse. Achter. Du hast mich gerade, glaube ich, noch mal abgeschossen, am Ende. Ich hab so viele Sachen gerade nach dir geworfen. Ich hab mit allem nach dir geworfen. Mit Stühlen, mit Brettern, mit allem. Wir sind hier nicht bei Ben & Ed. Ach so. Ach, da war ja was. Da war ja was. Sag mir das doch, dann spiel ich hier die ganze Zeit falsch. Ach so, Entschuldigung. Du bist kein Zombie. All of Jason. Jawohl, Chef. All of Jason, sagt der Heiko. Das ist Jason. Jason. Sag mich jetzt nicht, welcher von den Mies, das ist. Ich vermute mal der... Das ist der Krone. Jason. Das ist der Krone vor. Nee. Die Krone nicht. Die Krone ist Natalji. Jason hat auch 28 Punkte. Oh, Mann. Hallo, Kefka. Mist. 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 Was ist das? 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 Du bist vor mir glaube ich, ne? Ja, vielleicht ist es schwer. Oh Gott, diese Kurve. Nein! 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 Toll, das kriegt die Rakete als 10. Das tut mir aber leid, nicht. Wurste mit dem roten Panzer abgeschossen, Natalia, oder was? Zwei Meter vorm Ziel. Okay, das ist wirklich bitter, ich darf nicht lachen. Wurste mit dem roten Panzer abgeschossen, Natalia, oder was? Wurste mit dem roten Panzer abgeschossen, Natalia, oder was? Scheiße, ich krieg diesen blöden Start nicht hin. Oh, wir sind ja im Flughafen. Die Map bin ich noch nie gefahren, glaube ich. Hab ich nur schon mal gesehen. Au. Voll gegen das Ding gefahren, geil. Tschüss, Isi. Hey. Entschuldigung. Hiiii. Oh-oh. Oh-oh. 9 ernsthaft wir gegen die blöden reifen gefahren 9 10 14 15 15 16 16 17 22 Oh, scheiße. Ey, das geht nicht. Ich muss dich noch überholen. Ja! Büt. Wie? Ey, das geht aber nicht. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, die Map ist nicht so meins. Elf da. Ernsthaft? Das ist jetzt echt bitter gewesen. Gegen mich zu verlieren, ja. Schönen dich. Ja, das war wirklich bitter. Ja, ich weiß. Natalia gegen Jason. Ja, ich glaube, das nächste Mal probiere ich echt nochmal mit einem Kart zu fahren. Fährst du jetzt mit dem Kart ein? Ich habe jetzt gar nicht bei dir drauf geachtet. Ne, ich fahre immer noch mit dem. Motorrad? Ja. An sich finde ich das Motorrad halt zum, ähm, zum Twiften geil, aber... Irgendwie Geschwindigkeitsbasis komme ich mir so nah am vor. Ich probiere es. Nächstes Mal mache ich wieder mit dem Kart. Aber für heute ist das eh das Letzte. Weil... Ich mache nur bis um zwei. Ja, und Schlauze. Boah, wir schreiben mir die ganze Zeit. Das nervt. Ich nicht. Na, geht nicht. Überzwischen auch nicht mehr. Doch, natürlich. Boah, dann bist du schon wieder vorgehe. Nur um deine Konzentration zu stören. Ja, also du sagst dem Flattigkeitschall. Ich schreib dir mal, schreib dir mal. Ne, der chillt draußen in der Sonne, da wo ich gleich auch hingehe. Muss ich mich nur fett eincremen. Voll fett eincremen. Ja. Ey, das Tattoo, das Tattoo von meiner Stiefmutter ist schon komplett verheilt, gell. Drei Wochen sind schon rum wieder. Echt? Voll heftig. Genug von der Sonne schon? Nein, nein, nein. Das ist voll warm. Nee, ich wollte mich eigentlich nur draußen ein bisschen. Was? Ja, ich dachte, du willst nicht wegen Lernen. Echt? Also willst du gleich Eis essen gehen, oder was? Wir können uns gleich Eis holen gehen. Aber ich will nicht an den See, weil dann müssen wir uns halt in den Schatten legen. Weißt du, hier kann ich dann wenigstens reingehen, wenn ich nicht mehr will. Hä? Willst du Pokémon spielen? Alter, was hat die mir für Freaks? Nein! Ich hab's wirklich so verstanden. Du weißt doch, wie laut die Musik hier ist bei dem Spiel. So, was willst du? Ich Pupsmaschine? Hä? Ich bin vorraten hier. Scheiße! Ich hatte keine Konzentration, der Herr hat gestört. Ja, 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 ja. Aber denk mal, es ist voll warm draußen. Es ist übel heiß. Ja, gut, nur zum Eis essen und dann halt mal ein bisschen draußen sitzen. Halt einfach nur. Weil, ähm... Donkey Kong, Entschuldigung. Das war jetzt, äh, zu langsam. Ähm, weil... Ich will halt nicht an den See gehen, weißt du? Ich muss dann halt in den Schatten sitzen. Wär doof. Und so kann ich selber entscheiden, wann ich reingehe. Jetzt war sie gut draußen, böse, warm rein. Nee, das nicht. Aber ich hab halt keine, äh, Allergietablette genommen. Dann nehmen sie doch. Nee, jetzt brauch ich sie auch nicht mehr nehmen. Hätte ich heute, hätte ich heute Morgen daneben müssen. Du hast bei dir 30 Grad... 30 Grad? Boah. Ja, die sind's hier doch. Haben wir auch? Okay, ich will nur Eis essen gehen, mir nicht. 30 Grad sind dann doch ein bisschen viel. Ja, das schon, aber, äh... Ich hab, äh... Sommer, Sonne, Sonnenschein. 30 Grad schon hart. Boah, da wird unsere Eisdiele voll sein. Aber es ist doch geil, es ist Sommer. Ja. Liebel, du weißt, ich verstehe dich eh nicht. Und du weißt, dass man dich in der Kamera sieht. Ja. So, für die Mädels, ihr habt da gerade oben ohne jemanden gesehen. Zieh dir bitte was an, mir wird schlecht. Siehst das doch gar nicht. Oh, schön. Kannst du dir vorstellen. Die Vorstellung allein reicht schon. Oh, so soll der lernen. Hoi, roter dran. Darluk, danke für deinen Follow. Gut, dass ich das immer an der Seite sehe, aber nie höre, ey. Das ist, äh, grandios. Ich glaube nicht, dass, äh, Darluk, äh, ein Mädchen ist. Jetzt muss ich mich hier wieder konzentrieren, ey. Ich bin neunter. Oh, die Abkürzung, ich komme in die Küche. Geil, ich krieg die ganze Zeit steher. Aber ich komme nicht voran. Oh, fuck. Diese kleine Lücke. Jetzt hat er die Badezimmertür aufgelassen, na danke. Was? Das war doof. Oh, warum falle ich denn da runter? Oh, der erste Rüchte für so'n Panzer hat. Platz 8, ey. Weiße. Ja, Wahnsinn. Platz 12, sensationell, toll. Oh. Spiel. Geht doch gar nicht. Spiel wieder Kronen zocken. Ja, dann zock doch. Nein. Ah, vielleicht später... Terrific word. War du schon das letzte Nähke? Ne, das ist, äh, unbegrenzt. Aber ich mache nur bis um zwei. Ja, ich auch. Ich habe den Bruch. Dampf. Dampf. Kohle. 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 Dampf. Kohle. Dampf. Kohle. Dampf. Kohle. Dampf. Ja, habe ich auch ein bisschen, aber wenn wir jetzt gleich Eis essen, glaube ich, es ist vorher jetzt nix. Gehen wir jetzt gleich direkt. Oh, Alter, ich habe so Muskelkater. Wovon denn? Ja, vom Sport. Kennst du nicht? Ja, ja, ein Bad. Du, Sport, für dich ist Sport, muss ich auch noch aufmachen. Nein. Noch ein. Ähm, oh. Direkt erst mal instant runtergefallen. Ja, das solltest du fresh bist. Stimmt doch gar nicht. Bin ganz lieb. Bin immer lieb und nett. Zu allen außer dir. Achso, das kann gut sein. Oh, fuck. Hoi. Fly on, please. Nein. Boah. Ach, Mist. Ich habe die Banane erwischt, scheiße. Nein. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Was? Au. Aha. Aha. Schade. Warum hat die Bombe dich nicht erwischt, ey? Scheiße, ich fahre die ganze Zeit gegen Scheißmauern. Habe ich dich erwischt? Nein. Schade. Sonst hätte ich nicht brauchen. Sonst hätte ich. Kraftausdruck benutzt. So, jetzt muss ich Nadine erwischen. Na. Komm, 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 komm. Ach, reicht nicht. Schade. Boah, was bringt mir denn jetzt der Geist? Pfff. Wer macht denn hier immer diesen blöden Blitz? Neeein. Das war so knapp. Achter. Siebter. Siebter. Sieb. Siebter. Zeit, Zeit. Das ist schon wieder vor mir. Ja. Ne. Oh, ich habe einfach irgendwas geklickt. Oh, Mann, ey. Hm? Ich gehe mal zufällig. Du gehst mal zufällig, dann gehe mal zufällig. Was machst du denn zufällig? Ich habe ganz zufällig, ich sage es dir nicht. Geil. Easy peasy, schnie, 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 schnie. Wiss. Boah, ich habe mich schon wieder voll, äh, au, ah, voll, äh, in den Stuhl reingelegt, ey. Dann setze ich da mal richtig hin. Habe ich ja jetzt gerade. Natalia liebt Bomben. Okay. Und bitte merken. Oh, scheiße. Das darfst du auch nicht überall sagen. Das stimmt. Ich liebe Bomben. Au. Sex Vieh. So, hinter mir, ja. Nein. So. Okay, Seda ist gerade abgestürzt. Ey, ohnehin zu viel schaffst du, dass du jetzt vor mir bist. Ich bin einfach gut. Das ist gerade abgestürzt. Es ist gerade abgestürzt. Oh, das ist gerade abgestürzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein, ernsthaft? Nein, ich bin runtergefallen. Wie bitter. Wenigstens vierter, ey. Und meine Kanone habe ich doch getroffen, das habe ich falsch angehört. Ach, du warst hinter mir? Ich glaube, Jason und Natalia mögen sich nicht so sehr. Nehmen wir die hier. Hä? Nein. Okay, ein Rennmarsch noch mit. Ja, Biest. Mario Kart das Spiel aus Freundschaften zerstört. Ne, warte, was war das nochmal? Uno, gell? Uno. Uno zerstört Freundschaften. Jetzt haben wir Mario Kart mit Uno gepaart, oh Gott. Oh Gott, plus vier. Genau, man schmeißt einfach mit plus vier um sich. Ja, oder plus vier um ihn. Oh nein, ich will nicht hinter Natalia sein. Oh Gott, es ist Fiss. Hey. Woh, Bärty, wo der Schüpfung ist. Boah, hat irgendeiner eine rote Schildkröte nach hinten geschmissen. Sailor war das. Soll ich hab dich schon auch getroffen. Nein! Why? Wer war das? Nadine? Warum bin ich jetzt auf einmal Sechster? Ich kann alle, ob er das ist, ne? Nein, das geht nicht. Hallo, Mr. Kraukau. Das ist der Kraukau. Hi. Ja, unstaft. I hate it so much. Kleine Bums. Fünfter. Bumser. Achter. Ich hätt' ne gute Chance. Aber immerhin vor Nadine. Bitte. So, aber für mich ist jetzt finito. Ich verabschiede muss. Gecker Ohr. Ich hab' Kohldampf. Ja, ne, ich hab' keinen Kohldampf, aber ich muss eh wieder pinkeln. Zweiter, damit bin ich zufrieden. So, okay. Und schwupps kommt der Blitz, der Blitz, der Blitz ist echt ätzend. Der ist aber auch immer da, der Blitz. Unfair. So, ähm, guck' ich mal gerade, wer so online ist. Wo ich euch hinschmeiße. Software, der M. Hello, Kleinswitsch. Wow, dass ich jetzt immer Werbung kriege, das ist der Wahnsinn. So. So. So, 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 und so, so, und so, und so, und so, und so. Ich schick' euch zum lieben Streitmonolog. Ähm, wann ich das nächste Mal Mario Kart spiele, weiß ich noch nicht, weil, ähm, also ich denke mal, alle zwei Wochen werden wir das definitiv fest einführen. Schätz' ich mal. Äh, ja, und dann mal schauen. Aber, macht auf jeden Fall Laune. Nächstes Mal machen wir auch wieder Turnier. Ja, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das Wetter ein bisschen. Spielt nicht so viel. Fockt nicht so viel. Und, ähm, bis Dienstag. Tschüss.